willkommen zurück auf mini wohnen wir sind beim landwirtschaftsimulator und in der ernte und zwar ernten wir jetzt silage oder was sagt wir hatten hack schützen für den sieger und ich bin hier an der bga einmal um die silage weg zu bringen und zum anderen um mal zu sehen ob johnny ohne mich auskommt und jetzt mal zurückfahren und gucken was die angestellt haben die kasper köpfe so wohl dafür nie gefährlich der steht ja er kippt ab juhu so fahre sie ah toll ich glaube ich glaube sie haben es begriffen so und ich werde mal ganz schnell die reste von der silage in den fermenter fahren hier hat ja festgestellt dass wir hier noch ein paar hakschnitzel habe genau 18.000 ist ja mehr als sie reinpasst oder oh warte mal wenn ich glück habe passt das alles jetzt hier rein nein doch 99 prozent so ok sie bekaspern sich er fährt dahin erfährt erwarte position ok und ich kann die hexe das hexe gut hier weg bringen alles klar es läuft es läuft juhu oh man so so Ah, ja, sie bekaspern sich. Okay. Und ich wette, der Schwarze steht jetzt mitten im Weg. In Parkposition. Mal schauen, ob der selber auf die Idee kommt, dass er am Weg steht. Ja, hier wird nämlich gleich der Mähdrascher vorbeikommen. Und er stellt fest, dass er am Weg ist. Juhu! Hahaha! Geil! So, er fährt weg. Ja, und du musst jetzt da rüberfahren, Freundchen. Und er tut's auch. Alles klar. So, was kommt denn jetzt hier zum Vorschein? Muss gepflügt werden, benötigt aber kein Kalk. Alles klar, wir müssen dann hier pflügen. So, ich denke, ich werde die noch zwei Runden fahren lassen. Und danach stelle ich dann auf rechts-links Ernten um. Sehr gut. Ich freue mich, dass das läuft. So, und der lädt jetzt dort ab. Du lädst jetzt dort ab. Du lädst jetzt hier ab. Was stört dich hier dran? Okay, ich zieh mal Fermenter-Abladenstücke wieder hier rein. Vielleicht hilft das mehr. So. Vielleicht ist ihm nämlich, ähm, Fermenter-Abladen oder Fermenter hier zu sehr am Trigger. Ah, das ist der Aufladetrigger. Der muss ja genau hier drunter sein. Ah, der bleibt ja an der Wand hängen. Okay, die muss ich dann ein Stück rüberziehen, wenn er noch... Lass ich mal hier rein. So. Jetzt mal gucken. So. Ein ganz klein wenig rüberziehen. Gut. Gut. Ich denke, das war's jetzt. Der Fermenter sagt, 160.000 hat er schon drin? Wow. Ihr wisst, was das heißt. Nächste Nacht gibt's wieder Reichtum. Ha! Aber so richtig. So. Bitte laden sie auf. Der Ural kriegt er da hinten gebacken. Sehr gut. Oh, ich muss mich beeilen. Der will jetzt nämlich hier abladen. Pumpt schneller Silo. Der fährt auf Parkposition. Und kriegt mit, dass der Drescher frei ist. Und fährt da hin. Okay. Und ich muss jetzt fertig sein, bevor der da ankommt. Na, komm, beeil dich. 60 Prozent. Ja, schaffe ich nicht. Hoffentlich stört ihn das nicht. Jetzt überlegt er. 93 Prozent. 95. 96. 97. 98. 99. Tschüss. Und er kippt ab. Alles klar. Alles klar. Es läuft. Johnny. Johnny Liene. Ich bin stolz auf euch. Und da kommt, ha. Jetzt sind sie schon 140.000 drin. Super. Das gibt eine Kassierung in der Nacht. Das heißt, ich kann dann hinten, äh, die Schräge bearbeiten. Oh, das wird ein Spaß. Ähm, da muss ich aber mal gucken. Dazu müsste ich ja eigentlich dieses Land kaufen. Damit ich hier gleich weitermachen kann. Ansonsten kann ich ja nur bis hier bearbeiten. Diese Stücke. Vielleicht, doch. Wie viele Schulden habe ich denn noch? 145.000. Äh, mache ich die Schulden weg? Ja. So. Vielleicht sollte ich mir hier einen kleineren Trailer holen, damit ich den automatisiert wegschicken kann. Moin. Moin. Wie viele Sachen sind jetzt hier noch drin? 46.000. Und 10.000 Liter Gärreste. So. Ich muss mich jetzt beeilen. Stopp. Und zwar, wenn der Mähdrascher hinten angekommen ist, will ich ihn umstellen. So. Genau. Jetzt habe ich nämlich links und rechts mehr als genug Platz. Das heißt, ich sollte auf eine ganz normale, ähm, links-rechts, also vor- und zurückfahren, umstellen können. Ja, stehe ich mal so hin. Stopp. So. Also, vor- und zurück. So wendest du. Ja. Das ist egal. Und viel Spaß. Jetzt müsste eigentlich mehr als genug Platz haben, vorne und hinten. Und das Feld abernten. gut. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Ah, der Orange hat abgeladen. Gut. Gut. Stopp. Ach, der ist voll. Ja, so kurz vorm Ziel. Mist. Haha. So kurz vorm Ziel ist er voll. Aber kein Problem, da hinten kommt schon LKW Nummer zwei. Ich würde mal sagen, das sollte jetzt ein nahtloser Übergang werden. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Uhuhu. Fahr nicht weg. Fahr nicht weg. Du kannst gleich hier rankommen. Du kannst gleich hier ankommen. Du musst gar nicht erst auf die Ausgangsposition fahren. Doch, er fährt erst mal auf Ausgangsposition. Na gut. Gut. Dann würde ich sagen, ja, soll er machen. Soll er machen. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Sehr gut. Schluss. Okay. Wenden. Ja, und jetzt musst du auch wenden. Okay. 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 Was machst du jetzt? So. Stopp. Hallo? Ich bin vom Gas gegangen. Okay. Okay. oben. So, jetzt schau, nicht mehr. Hä? Entweder ich kann ihn steuern oder ich kann ihn nicht steuern. Was soll denn der Quatsch? Bremsen. So. Was war denn das denn für ein Zirkus? Warum kann ich ihn steuern, wenn er auf Automatik steht? Und warum kann ich ihn nicht steuern, wenn er nicht auf Automatik steht? So, pass auf. Du wirst jetzt hier ernten. Klar? Ha. Oh, jetzt hat er sich fest gefahren. Warum bist du so weit weg? Kriegst du die Kurve nicht, wa? So. So. Jetzt fährt er zur Parkposition. Ja, jetzt muss der losfahren. Das ist mir eigentlich egal, wer jetzt da ablädt. Hauptsache, der wird da abgeladen und es geht weiter. Und warum hast du eigentlich hier noch Rest drinne? Und hast nicht alles abgeladen? Der andere auch. Nee, der hat vollständig abgeladen. Also manchmal machen die hier seltsame Sachen. Guck mal, da habe ich schon wieder 100.000 Liter Hexe gut breit gefahren. Wo fährt der denn jetzt lang? Du musst einfach nur nach links lenken. Oh, Mann. Oh, Mann. Wahnsinn, doch für Kaspar Köppe. Ja, jetzt bist du wieder genau da, wo du bist. Links hinter dem. und jetzt müssen rechts sind hätte doch einfach bloß nach jetzt doch einfach bloß nach links lenken müssen wir sind genau da auch gelandet oh man ich kapiere die kasper manchmal nicht dabei ist die johnny line die kann doch sonst war aber wenn ich mal wie viel häcksel gut abwürfen wie schnell der voll geht aber ich echt froh dass ich eine kleine feldin um habe und nicht das große so alles klar jetzt kannst du wenden alles klar jetzt kannst du wenden alles klar jetzt kannst du wenden kasper kopf hallo johnny line links lenken es war wieder fahrschule jetzt lenken wir scharf links ein koppelung ein bisschen mehr kommen lassen alles sicher links gucken rechts gucken rückspiegel nicht vergessen langsam gegen lenken und nun passen wir unsere geschwindigkeit im mähdrescher an sehr gut führerschein bestanden danke und ich würde einfach sagen wir lassen die kasper kapitie bearbeiten und ich sage danke fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal genießt den tag und see you later